keine ausdauer jungen ein bisschen warten jetzt aufpassen hast du die restlichen von meinem baum auch schon weggenommen drei stück so ich bau zwei neue wagen komplett übertrieben was wir machen mit den wagen aber ich finde es lustig 300 schlitten wir brauchen eine garage dafür wir müssen dafür anbauen meine ganzen boomstüpfel weg machen alter hörst du den wind in den bäumen rascheln ja noch ganz andere sachen rascheln alter was du sollst aufhören an diesen pilzen zu lecken ich glaube ich höre schon wieder eskalatoren alter irgendwo hier lungeln die wieder rum wir werden die ganze beobachtet bombfeld ich sollte vielleicht mal medizin nehmen vielleicht wird er noch die ganze zeit zu stöhnen der typ war wenig knapp dass wir nicht gebrochen neue wegen da zack zack gar nicht übertrieben gar nicht übertrieben holzförsterei haben wir hier aufgemacht alter ja habe ich gesagt wenn die sich da verstecken dann raiden wir halt den wald weg als ich habe fast keine ausdauer mehr ne leck mal unseren pilz das hilft der ist auch schon voll kannst du mal bitte den siebten wagen bauen der höre auf den kiesel aufzuheben wer will den kiesel haben die kloppen sich gegenseitig die kloppen unsere hütte mit einem feuerschwert ich bin tot was ist hier gerade passiert alter weiß ich nicht lol ok ich bin im flugzeug gespawnt ja hast du dein stuff noch findet deine leiche und gegenstand aus seinem rucksack wieder auf zu sammeln ich kann jetzt quasi meine leiche plündern ja ok komm ich komm ich komm ich komm ich habe übrigens alle drei erledigen können nein du bist jemand anders du bist nicht pablo alter pablo ist tot alles genommen alles genommen von der leiche ich konnte da jetzt was aufnehmen ja ok lass uns die leichen verarbeiten ja und dann die dinge reparieren ja ich lass dich die leichen verarbeiten ich hole grad die dritte mach schon mal mach schon mal das feuer an den ofen und ich repariere hier den scheiß ich bin blutüberströmung schon ganz kurz wohin ich weiß gar nicht was ich mit den ganzen ulumulus machen soll alter was denn was brauchst du weil man kann Waffensteller bauen glaube ich ich gucke auch schnell kann man ja Waffenhalter ja da ist er doch ich brauche den Kopf ich bin die Kopf ich bin die Kopf ich bin die Kopf Ich brauche noch ein paar Köpfe. Komm schon. Alles andere ist nutzlos. Nicht sterben. Ja, guck mal hier. Was denn? Wow, wie viele. Ein Speer. Ich glaube wir müssen noch einen bohren, so viele wie wir davon finden. Ja, ich baue gleich noch was. Ach, da ist ja auch noch einer. Hier ist übrigens neues Trockenfleisch, ne? Perfekt. Ich bin mal ganz kurz meinem Hobby am nachgehen. Alles klar, macht das. Die Spasten kommen hier hin und zerschroten einfach alles. Ey, was geht bei denen? Ich glaube diese Pist. Ich weiß noch nicht mal warum. Ah, jetzt kann ich hier auch Sachen hinlegen. Geil. Ich muss was essen. Aber hier kann ich nichts hinlegen. Warum nicht? Ah, weil ich nichts mehr habe. Okay, alles klar. Hast du noch Trockenfleisch, weil sonst hängt hinten am Ding so was, ne? Ja. Ich kann hier noch was hinstellen. Moment. So, ein bisschen was haben wir. Diese Geräusche, ich will gar nicht wissen was das ist, ne? Was bist du da am machen? Ich, ähm, jage Bambi. Bambis Mutter, Alter. Wie viele Wegen hier stehen, ne? Das ist ne ganze Flotte. Die Sternenflotte. Ja. Oh nein. Nö, auch nö, auch nö, auch nö. Hä? Brennst du schon wieder? Nein. Du hast Durst. Boah, das hört sich an wie so ein gequillter Wahl, Alter. Hat da grad wie irgendein Vieh geschrien oder was? Ja. Und wenn ich da töre, dann krieg ich ganz spontan Brechtdurchfall, Alter. Oh geil. Manchmal ja, manchmal nein. Kann man nicht so ne richtige Feuerstelle machen? Mh, man kann eine, äh, äh, Feuerstelle machen. Ich glaube aber, das ist nur für... ...Ingensen. Soll ich eine platzieren? Ja, damit der Feuer nicht so im Weg steht, weißt du wie ich meine. Ja, hier wo die ständig durchbrechen, weiß ich nicht. Vielleicht hier. Machen wir das hier weg. Wo? Hier? Unter der Treppe? Boah, Junge, bist du sicher? Ich bin nie sicher. Ne, ist zu groß, glaube ich. Bist du? Wow. Was ist das denn für ne Feuerstelle? Dann lass uns nie mal... Wo haben wir denn Platz? Wir haben nirgendwo mehr Platz. Oh, nice, Alter. Was denn? Albträume vorprogrammiert. Ich hab die Spasten gehört. Lass uns die hier platzieren. Äh, ich hätte es vielleicht sonst hier hingestellt. Guck mal. Ja, da wo das Trockenfleisch ist. Ja. Perfekt. Ist das jetzt richtig rum? Die Öffnung vorne? Ja, oder? Sieht so aus, ja. Das brauchen wir. Wenn ich das im echten Leben auch so anhören würde, wenn man's death-crapped, ne? Death-crapped. Alter. Deutsch. Englisch. Alles. Was hast du denn für Geräusche? Alter. Nein. Chill. Aua! Willst du mich verarschen? Du machst nicht unsere Hülse kaputt. Gib mir deinen Zahn. Gib mir deine Waffe. Gib mir dich. Und weg. Oh, ich muss erstmal... Ich brauche einen weiteren Waffenständer. Zwei Baumstämme. Ja, die besorge ich. Das ist aber grad ein Huso, Alter. Ja, so ein richtiger Huso, ey. Da steht ja der erstmal am Fenster und ist voll der Spanner. Und nachdem er uns gespannt hat, kommt der dann noch an und meint, der müsste unsere Wand kaputt machen, Alter. So, die Feuerstelle ist jetzt an. Also, die ist jetzt da. Wie kriegen wir die an? Oder ist das jetzt dafür, um sowas da reinzustellen? Was sehe ich, Alter? Da steht ja nichts dran. Ich weiß ja gar nicht, wo du den ganzen Scheiß findest. Bei... Äh... Das sind die blauen Reiter. Freies Bauen. Nein, Quatsch. Die daneben. Mit dem Els Kopf. Möbel. Echt? Feiersteller. Vielleicht müssen wir da drinnen noch das Feuer platzieren. Ne, glaub ich nicht, oder? Weiß ich nicht. Gibt man da keine Erklärung? Da gibt's, glaub ich, keine Erklärung für. Ey, sag mir nicht, wir haben die ganzen Steine verschwendet. Für nix sind wieder nix. Verschwendet, sagt er. Die spawnen hier neu. Ja, sonst platzieren wir da jetzt einfach mal ein Feuer hin. Okay. Oh, Junge, das sieht übelst scheiße aus, ne?